Okay, das ist Jey, der kommt aus Hamburg, der macht Mucke. Neue Möglichkeiten, musikalisch gesehen. Neue Feature-Möglichkeiten, neue Auftrittsmöglichkeiten. Ein Aufstieg nach oben. Wir sind in so eine Bar gegangen, haben eingetrunken, zwei getrunken. Dann warst du auf einmal schon 8 Uhr morgens. Ich denke, der ist so scheiße. Lieber stehen 1.000 stabile Leute vor der Bühne, auf der wir auftreten, als 6.000 12-jährige Kinder. Mädels, der ist so himsch, der ist so, wir rappen doch über das, was uns passiert ist. Es war heute ein Interview, es war Hamburg Crime, Click 99. Yo, 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 einen wunderschönen guten Tag. Ich treffe mich jetzt gleich mit Jey. Wer ihn nicht kennt, solltet ihr ihn auf jeden Fall auschecken. Ist ein Youngstar aus Hamburg, hat letztes Jahr sein Debütalbum Gossen Eloquenz rausgebracht über Hamburg Crime. Wer Hamburg Crime nicht kennt, ist ein legendäres Hamburger Label. Gibt es schon Ewigkeiten und da hat unter anderem auch Bounce MC seine ersten Schritte gemacht. Dann wurde das Label eine Zeit lang gar nicht bespielt, war nicht aktiv. Und letztes Jahr hat sich der ehemalige Gründer von Hamburg Crime gedacht, Dicker, wir machen das wieder auf, weil dieser Jeyl muss gesigned werden. Und seitdem gibt es das wieder. Erstmal quatsch ich jetzt mit Jeyl über seine Comedy-EP Jailbreak. Erzähl, Dicker, was passiert seit dem letzten Album? Viel ist passiert. Ich war in der Schweiz, ich habe dort einen kleinen Auftritt gehabt. Ich bin aufgetreten auf dem Azad-Konzert. Klasse mit einem Lächeln in die Form ist gepostet. In meinen Träumen geht es um Karma. Obstand 2-Tour hast du auch gespielt? Obstand 2-Tour war ich auch in 4 Städten, 4 Städten, wild. Fühlst du dich da dann wohl auf so einer, also ist ja dann schon für so die ersten Auftritte, ist schon eigentlich groß. Dicker, du musst dir vorstellen, du kriegst so In-Ears rein, weißt du, und dann wirst du da verkabelt mit diesem Teil und dann hörst du mich selber. Und dann stehst du irgendwann hinter der Bühne mit dem Mikrofon und der Typ sagt so, okay, Licht geht aus in 3, 2, 1. Und dann wird der Vorhang zur Seite gezogen und dann gehst du rauf und dann ziehst du dein Ding durch. Du hast auch so ein bisschen Tunnelblick, du guckst die Leute an, aber du siehst sie nicht richtig, weißt du? Du guckst die Menschen an, aber du guckst so ein bisschen durch sie durch, weil du voll in deinem Film warst. War schon ein hartes Stück und nach jedem Auftritt habe ich mich auch so wie so, okay, was soll jetzt noch passieren? Was soll kommen? Ein paar haben mich sogar da geahnt. So, ich meine, mein Album hat 2 Millionen Streams bekommen. Das ist ganz gut gelaufen, ich habe mich mega gefreut. Und ein paar von denen haben mich halt auch geahnt und ich habe das auch gemerkt, wenn ich auf die Bühne gekommen bin, ein paar haben so geschrien, ey J-Lo und so. Das gab natürlich noch mal so ein bisschen Sicherheit, weißt du. Seit dem Album ahnen die Leute, okay, das ist J-Lo, der kommt aus Hamburg, der macht Mucke. Die checken durch mein Insta und so, wo ich rumhänge, ich poste ja auch viel, auch viel Scheiße manchmal. Aber, ja, die Leute ahnen das halt und manchmal kommt dann dieses so, ey J-Lo, wie geht's, ey, können wir eigentlich kurz ein Bild machen? Am Anfang war mir das immer noch so ein bisschen unangenehm, weißt du, weil ich denke mir so, wofür? Weißt du, was? Okay, und jetzt? So, weißt du, aber ist cool. Bock dir auf, wenn du was machst und dann kommt jemand zu dir und sagt, ey, lass uns mal ein Bild machen. So, schon eine schöne Sache eigentlich. Ich habe gesehen, dass du letztens gepostet hast, dass so viele Fakes von dir im Internet unterwegs sind. Digi, ich kriege manchmal Screenshots von so Dating-Profilen, dass Leute sich so meine Bilder rausziehen und die dann ins Profil packen und sagen so, hey, ich bin der und der. Und dann schreiben die auch tatsächlich so mit Hosen und geben auch deren Nummer weiter und wollen dann aber keine Audios immer schicken. So haben die mir erzählt, so ein, zwei Mädels meinten dann so, ja, voll sympathisch und so. Und ich dachte, ehrlich, das bist du. Und da wollte der keine Audios schicken, das kam mir schon ein bisschen merkwürdig vor. Da meinte ich ja, Jungs, Digga, so, ihr wüsstet das, wenn ihr meine Nummer hättet und wenn ihr mit mir redet, so, keine Ahnung. Stell dir mal vor, du hast so andere Bilder drin, auf einmal voll, voll geile Chicks und sag, ey, lass mal treffen. Und du so, ja, okay, lass mal, wie willst du dich dann mit der treffen? So, weißt du, so. Ja, ja, macht gar keinen Sinn, ne? Aber aufgeregt hat mich das jetzt nicht. Es war nur so ein bisschen so albern, so. Was ist denn zu tun? Erzähl mal was zu EP. Du hast jetzt schon zwei Videos draußen. Jawohl. Und drittes kommt jetzt. Ich schraube hier im Kuhfuß, genau. Mit Zillak und Manuk. Die treffen wir auch gleich vorne in der Bar. Die warten da schon. Ich schwöre, war mir nie so wichtig, aber witzig ist schon. Ich glaub, ihr habt nicht ganz begriffen, was ne Ära da kommt. Und eins mit Mortell ist jetzt rausgekommen. Aha, in meinen Träumen geht's um Karma. Um schnelle Beute und mein Vater. Wir haben zwei Videos, glaube ich, in anderthalb Wochen gedreht, wenn ich mich nicht täusche. Das war so das erste Mal auch so ein bisschen, dass man so richtig so Hip-Hop-Struktur hatte. Okay, ich weiß, ich hab dann und dann Videodrehs, mach deine Klamotten fresh. Du musst fit sein, du musst jetzt nochmal schnell zum Friseur gehen, obwohl du erst vor drei Tagen da warst, um die Seiten runterzumachen. Bist du professioneller geworden, sagst du? Oder geht's? Ja, ich bin mein Bestes, aber ich bin manchmal so ein bisschen verplant auch, weißt du? Ich weiß immer, wann was ansteht und ich bin dann auch da und auch meistens pünktlich. Ich versuch auch immer alles. Aber leicht ist es noch nicht, aber ich glaube, das ist für viele so, dass es nicht immer einfach ist, sich auf Sachen vorzubereiten. Vor allem, das ist ja aus dem Hobby sozusagen, wird dann so ein bisschen Job. Weißt du, was ich meine? Da kannst du nicht sagen, so, ey, jetzt bin ich aber noch voll Hacke, weil das ist ja dein Video. Du siehst dann ja am Ende scheiße aus, wenn du durchgemacht da hinkommst. Digga, zum Beispiel erzähl ich dir so unter uns, ne? Beim Fotoshooting für die EP kam ich einfach durchgemacht. So, ich war irgendwo auf dem Kiez und ich wusste genau, okay, ich muss morgen fit sein. Ja, dann sind wir in so eine Bar gegangen, hab einen getrunken, zwei getrunken. Und dann warst du auf einmal schon acht Uhr morgens. Und ich denk mir so, scheiße, Digga, was soll ich jetzt noch nach Hause fahren? In zwei Stunden fängt das Fugding an. Dann bin ich da hingekommen, komplett durchgemacht, Digga. Ja, aber trotzdem ein ganz gutes Foto geworden. Auf einem Song kommst du auf Englisch rein? Machst du sechs oder acht Bars auf Englisch? Digga, ich weiß nicht, warum. Ich weiß noch nicht, ob ich das geschrieben habe, ob ich im Studio darauf kam. Es war auch nichts von irgendjemand anderem, es war eine Zeile von mir. Es war schon so ein bisschen in Gedanken an M natürlich, so ein bisschen so ein kleinen Tribut. Und dann dachte ich, weiß du was, scheiß drauf. Mach einfach jetzt mal sechs Bars, oder wie viele das waren, Englisch. Und dann ziehst du auf Deutsch einfach weiter. Hab ich gemacht, dachte mir, ey, scheiß drauf. Hau das einfach so rauf, entweder ist geil oder ist nicht geil. Ich fand es dann irgendwie mal cool, deswegen hab ich es gemacht. Ich ist so froh. Alles klar, Jutti, Alter. Wollen wir reingehen? Ich sehe die Jungs schon. Dann gehen wir jetzt hier rein, Alter. War gut? War gut? Achso, läuft noch. Ja, ja. Wir haben vor, ich meine, ungefähr zwei oder drei Monaten, war das her, zu uns ins Label, zu Hamburg Rhyme, den Klick 99 Gold. Ich war da vorher alleine. Ich kenne die Jungs, seit ich klein bin sozusagen. Kommen alle aus dem Süden. Ich aus Neugraben, die Jungs aus Neu Wien-Tal. So zwei Minuten voneinander entfernt. Ist so ein bisschen, ändert sich 47, 49, postanzahlmäßig ist das fast beieinander. Ja, Mann, das ist Conny, der Beat-Produzent von der Klick, der die Jungs sozusagen abrundet, abmischt, der mit dem Mücke macht. Das ist Manouk, das ist Jujel, das ist Jungs und das ist Zinnor. Und jetzt sind wir schon zu sechst. Ja, Mann. Wobei man sagen muss, einer fehlt, der Arra, der ist heute leider nicht dabei. Der ist leider nicht da. Die Rhyme 99 ist eigentlich mehr oder weniger eine Bruderschaft. Wir kennen uns alle seit 99, wirklich seit 1999. Da sind wir alle so zusammengekommen und da hat sich auch dann irgendwann der Name so daraus entwickelt, ne? 1999, Klick99, ne? Und ich mach bestimmt schon seit 12 Jahren Musik. Wir haben schon als kleine Hose-Scheiße angefangen, Musik zu machen miteinander, so. Ja, und jetzt sitzen wir alle an einem Tisch. Guck mal, die waren ja zum Beispiel wie ich genau vorhin nicht beim Labeln. Wir haben jetzt alle Verträge unterschrieben. Und somit ist es klar, dass das alles ein bisschen professioneller wird. Na, da sind noch mal mehrere Studiomöglichkeiten vorhanden und... Weißt du nicht, da wird einfach... Ich meine, wenn du ein Label hast und wenn du einen Vertrag hast, dann wird einfach viel professioneller gearbeitet, weißt du? Dass wir alle, dass wir zusammenarbeiten, dass wir miteinander arbeiten, dass wir ein Herz und eine Seele werden, dass wir nicht nur an solchen Tagen wie heute bei einem Interview zusammen an einem Tisch sitzen, sondern uns auch privat an einen Tisch setzen, dass wir zusammen aus einem Teller essen, aus dem selben Glas trinken. Das ist vorrangig auf jeden Fall, das war es auch schon davor. Sonst hätten wir die Verträge nicht unterschrieben. Aber natürlich erhoffen wir uns auch neue Möglichkeiten, musikalisch gesehen. Neue Feature-Möglichkeiten, neue Auftrittsmöglichkeiten. Ein Aufstieg nach oben, den wir bislang selber nicht so verwirklichen konnten, wie wir es wollten. Und ja, wir haben jetzt ein starkes Team hinter uns, was nicht nur aus den paar Leuten besteht, die hier sitzen. 2020. Schauen wir mal. Vor drei Jahren haben wir einen anderen Grundtape rausgebracht, haben das auf eigene Kosten 300 Mal pressen lassen, so auf der Straße bei uns in der Wintal verkauft, so für einen Zehner. Wer kein Geld hatte, bei dem hat auch einen Handschlag gereicht. Also wir haben das wirklich, Hauptsache das Ding wird los. Hauptsache die Leute hören unsere Musik, hören gute Musik, hören was es da noch gibt, außer irgendwelche großen Nummern aus Hamburg. Bra hat auch auf jeden Fall Zeit und Arbeit gekostet, hat Geld gekostet, immer alles aus eigener Tasche bezahlt, immer versucht irgendwie alles selber zu machen, von der Postproduktion, von Fotoshootings, Videos, Beats. Mit Conny arbeiten wir auch schon, wie gesagt, seit fünf Jahren ungefähr zusammen schon. Wir waren auf jeden Fall länger. Wir beide auch länger. Wir haben vor zehn Jahren schon mal die ersten Songs gemacht. Die wollen wir dann mal auf den frischen Label-Deal anstoßen. Die stehen ja schon ein paar, ein paar kleine. Zum Wohl, oder? Zum Wohl. Zum Wohl. Damit wir euch auch ein bisschen mehr kennenlernen und dass die Kurzen hier wegkommen, ich stelle euch so Fragen so und ihr diskutiert die und derjenige, der dann ausgewählt wird, muss dann trinken. Zum Beispiel, wer ist der Fleißigste von euch? Also ich würde sagen, der Jüdje. Ja. Er ist nicht nur Rapper, er macht Beats. Wir haben früher unsere Videos zusammen selber geschnitten. Alles eigentlich vom Picke auf. Wir müssen nicht mehr trinken, wer verliert. Wer ist denn der Frau jetzt hier von uns? Thomas. Thomas. Ja? Den Vodka. Ja, geil. Vodka ist so groß, reine Seele. Wobei ich sagen muss, ich bin auch nicht gerade das Gelbe von mir, was meine Studiobesucher angeht. Weißt du, ich habe immer so zwei, drei Monate Pause dazwischen und ich bin auch so typisch Schreibsend im Studio. Ich gehe dann immer vorbereitet rein, weißt du. Deswegen. Man sucht sich seine Ausreden, weißt du. Wird es jetzt so faul sein? Ja. 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 Du, ich habe seit zwei Wochen keine Wies mehr gemacht. Bin ich. Was würdet ihr sagen, wer ist der technisch beste Rapper von euch? Ich. Braucht keine Ahnung. Das kam schnell jetzt. Also jeder von uns hat so seine Stärken. Aber das war gar nicht die Frage. Wer ist der lyrische Streitmann-Zettel mit uns jetzt hier? Mäßig. Wird es dann Klick99 eher so als Gruppe geben oder als Einzelprojekt und dann mal irgendwie sowas Sampler-mäßiges? Wir sind die ganze Zeit eine Gruppe, das wird auch so bleiben. Nur die Songs, die entstehen, sind dann auch mal zum Beispiel, wo nur zwei aus der Gruppe drauf sind oder auch mal ein Solo-Song. Wir machen Straßenmucke und das machen die Jungs ja auch schon lange. Straßenmucke mit ein bisschen mehr durchdachtem Kopf. Wir sind alle unserer Sprache mächtig und können uns dementsprechend auch gut ausdrücken. Und wenn jetzt mal irgendwo, ich bin nicht der Typ dafür, aber wenn jetzt mal irgendwo zum Beispiel, was sich dann auch gut anhört, verstehst du, da mal eine Adlib irgendwo auf Autotune ist oder mal hier und da vielleicht eine Strophe gesungen wird, ist das das eine. Aber wie du das rüberbringst, ist nochmal eine andere Sache. Wenn du einen ganzen Song auf Autotune durchballerst und du genau weißt, wofür du diesen Song gerade machst, nicht um auf der Straße Kredibilität zu kriegen oder um zu sagen, ey, in deinen Augen ist das ein geiler Song. Aber wen spricht das denn an? Jeder Künstler weiß, für welche Sparte er Mucke macht. Und wir wollen das nicht machen für irgendwelche, ich weiß nicht, ich sag jetzt mal so Grundschulklassen oder so, weißt du damit? Das sagst du auch auf deinem Tape, ne? Du machst nur Mucke, um für Grundschulkinder Mucke zu machen. So wissen die auch. So mäßig. Wenn jetzt lieber stehen tausend stabile Leute vor der Bühne, auf der wir auftreten, als sechstausend zwölfjährige Kinder. So, Mädels. Oh, der ist so hübsch, der ist so. Wir rappen doch über das, was uns passiert ist. Digga, so mäßig, wir haben Narben im Gesicht. Wir haben Narben überall in uns drin, jeder von uns. Und das verstehst du doch gar nicht. Weißt du, du stehst da vor der Bühne, um zu sagen, der ist so sexy und der Rapper, ich feier den voll. Guck mal, ich hab ihm Snap geschickt und so. Aber das ist ja nicht das, worauf wir hinaus wollen. Wie gesagt, lieber tausend stabile vor der Bühne, als sechstausend kleine Faker. Das ist alles, was ich dazu sagen möchte. Der shit is sweet. Ja, Mann. Stehst du in Hamburg oder nicht? Hamburg. Geil. Hamburg crime. Ja, Mann. Drei Leute musst du noch anprangern. In 703 kurz, oder? Wer von euch ist der trinkfesteste? Boah. Ey, trinkfesteste, nicht wer am meisten trinkt und dann Abschluss schiebt. Der wirklich am meisten trinken kann und klarkommt. Ich glaube, wir sind alles Patienten auf jeden Fall. Digga. Der trinkfesteste, Bruder, ich hab dich schon übel getroffen. Du hast mich, ich hab mich alle schon übel getroffen. Jeder hat sich gegenseitig schon. Machen wir jetzt kurz Mittagspause, wa? Jawoll. Guten Appetit, Jungs. Dankeschön. Du siehst du auch. In meinem Horizont herrscht Wille und ne kalte Schnauze. Alles, was ich bin, ist unterwegs und nicht mal nachts zu Hause. Der Mann am Bahnhof würde viel lieber in Polo tanken. Ich hätt gern Audi, unterscheidet sich im Großen Ganzen. Doch alles Chico denn ich schätzt, was ich hab. Und das sind 22,4 plus... Was wird geholt jetzt? Eine Flasche. Eine Flasche würde ich sagen. Eine Flasche, Digga. Guck mal, wir fahren alle noch mit der Bahn. So ist es dann nicht. Außer 1,2 verletzt. Aber Konrad fährt am Auto, das tut die Rolle einmal jetzt. Haben wir Becher? Fragt mich nie wieder was. Danke. Ja, geil. Hier haben wir das Cover geschossen, vom Schraubi und Kufus. Bevor wir den mittleren Automaten auseinandergenommen haben. War da genug drin? Ne, Fahrpatron. Naja, versuch was wert war. Nichts für wert war, leider. Vielleicht nächstes Mal. Es führt uns immer wieder hier hin. Und genau, wirklich genau, genau diese Situation kenne ich genauso vom Reeperbahnfestival. Aha. Ist aber geil, ne? Da zieht man dich oft ins Loch, die nur, ne? Mhm. Willst du ein bisschen erzählen, wie du das Reeperbahnfestival so wahrgenommen hast? Gerade diesen Abend habe ich als relativ chaotisch im Hinterkopf, Digga. Ja, ja. Wenn überhaupt. Ich bin doch sogar noch gestürzt mit so einem Dings, mit so einem Leimroller. Ey, das werden wir noch ausdiskutieren, ne? Sino hat mir nämlich mal eine Kopfnuss gehauen. Versehentlich, sagt er. Du hörst dir meine Lippe direkt weg. Dann hab ich mir so einen Eiswürfel unter die Lippe geschoben, saß da so 10 Minuten. Dann waren wir auf dieser Party, wo du mich mit hingenommen hast, wo du meintest, ich muss nochmal kurz hin, da sind ein paar Leute. Und ab da war auf jeden Fall auch so, soll ich weiter erzählen oder nicht? Und dann sind wir nach Hause gegangen. Dann haben wir zu Hause. Okay, Jungs. Tschüsschen, ja? Ey, ich wollte dich noch befragen, du bist ein Parasit, weil du gern Pfeffer in die Menge sprayst. Erzähl mal was dazu. Du, das gibt doch auf der Hand. Ja, so polizeigewaltmäßig. Zum Beispiel. Also würde mir jetzt zum Beispiel auch dazu einfach, ja Digi. Hast du damit Erfahrung gemacht, kürzlich oder was? Boah, kürzlich jetzt aktuell nicht, aber ich hab schon ein, zwei Mal die eine oder andere Ladung auf mein Konto schreiben können. Ja, Digi. Ja, Digi. Das ist nicht witzig, Digi. Das tut echt weh, Digi. Du kriegst keine Luft mehr und so. Ne, das war ganz krass, Digi. Ich hab auch schon einmal dieses Pfeffergel bekommen, was dann überall klebt und du das verreibst und so. Das war so krass, das hat mich richtig von dem Bein gehauen. Und das war nicht nur einfach dieses so, okay, ich krieg jetzt kein, also ich kann nichts sehen, ich krieg keine Luft und so. Klar. Bester Tipp dafür übrigens, Jungs. Für die, die auch gerne auf Demos gehen oder irgendwie komisch unterwegs sind, dass sie mal von anderen Leuten Pfeffer kriegen außerhalb von Bullen. Ähm. Wodka. Wodka. Ich hab mir einmal eine Flasche Woddy geholt, wirklich jetzt. Und das hat auch gebrannt, aber ich hab Wodka einfach pur über meinen Nacken gegossen und in mein Gesicht gerieben und in die Augen auch und so, glaub mir. Und nach 10 Minuten geht's dir besser. Ist halt wirklich so, weil das ist irgendwie so ein bisschen, ein bisschen neutralisiert, hab ich das Gefühl. Ich wusste, Wasser macht das schlimmer und dann haben wir eine Flasche Woddy geholt und dann hab ich die über meinen Nacken gekippt, weil ich dachte, das muss doch jetzt irgendwie helfen. Ich war auch lattenstramm so, aber das hat auch geholfen. Hat's wirklich. Jetzt haben wir, jetzt haben wir zwar keine, keine kurzen mehr, aber, ähm, wer kann am schlechtesten mit Geld umgehen? Hatten wir gerade drin schon mal, aber Dings Kamera war, war nicht an. Profimäßig. Ben auf jeden Fall vorne dabei. Ja, also wir alle glaube ich nicht so gut. Würde ich, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, aber ich kann schon mit Geld umgehen. Lass's mal. Würde ich auch sagen, aber ich hab jetzt an den letzten Inkasso-Zeitel bekommen, von daher. Boah, ist ja auch noch so ein, zwei Sachen. Mit allen Inkasso-Unternehmen. Schau, meiner ist ne Woche her. Ja. Monatliche Ratenzahlungen, die sind aktiv. Aktivado. Ja dann, äh, Album raus und Gold gehen, oder was? Wäre eine Option für die. Nature like. Platin. Ja. Juti Jungs, ich würde sagen, dann haben wir's, Alter. Haben wir's, ja? Ja, natürlich. Äh, wir stoßen hier noch. Wir stoßen hier noch mal an. Ne? Wir stoßen hier noch mal an. Einmal Exen. Exen oder nicht wieder Cracken. Okay, alle Exen auf Cracken. Hi. Nein, nein, ich kann auch. Sorry. Wollen wir einmal kurz vorher alles... Sinus! Hahaha. Juti, das war's, Alter. Ja, ey, willst du das jetzt so reinmachen? Ich hab einen Schluck genommen. Ich auch. Ja, okay, dann. Gut. Juti. Äh, ich würd sagen, Hamburg Crime, 2020. Äh, EP kommt. Klick99 kommt. Wir kommen. Ich komm. In euch. Und wir sind raus. Super. Ey, also, okay, das war's jetzt hier. Heute vom heutigen Interview. Das ist Jail von... Uh... Hamburg Crime, baby! Ja, auf jeden Fall war's. Ein Interview war's. Hamburg Crime. Klick99. Zinno. You Jail. Woop! Das Wiedange. Hahaha.